Hi Tom! Ja? Ich wusste was der dahinter ist, ich wusste es! Oh die Pflanze! Äh? Die Pflanze? Bombe! Die Bombe! Boah! Nein, das war eine Flasch! Ah! Die Pflanze? Die Pflanze? Die Pflanze? Die Pflanze? Die Pflanze? Man jetzt hab ich schon wieder nicht meinen Ballistic Knives genommen! Stich! 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 Hardskoop! Ich weiß nicht! Nein! Ich weiß nicht! Ja! Ja! Häh! Kann mir man einen von den Spackos entgegenkommen Nein, natürlich Komm hier bei mir, kommt auch keiner hin Oh, 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 oh Stop, wir springen auf drei runter, ja? Ja, drei Oder so Fail, nade Ah, ah, ey, das kann doch nicht angehen Oh, tschisch war das knapp Mann, ich hab jetzt noch keinen Weiner Mann Jan ist voll heute weinerig, alter Ja, ich hatte heute schon voll den Ekelhaften Tag Ja, oi, nee, jetzt ist aber Abend Ballistik Steck mir mal ein Knife ins Schiff Achtung Ja, ja Headshot Er stirbt nicht, er stirbt nicht, er stirbt nicht, er stirbt nicht Oh Okay, Headshot Äh Double Kill Jawohl, und die anderen zwei hab ich umgelegt Ey, jetzt ist dieses scheiß geil Ich muss Skype unbedingt ausmachen, ey Nee, ich hab da auch noch geschätigt Ja, ich hab da auch noch geschätigt Ich hoffe Du hast dann Fraps wieder ab, ist dein Drecks für C Wow Oh Oh mein Gott, das ist auch probierend Loil, was war das denn Mann, war das eine schnelle Runde Hey, das war ja echt mega schnell Philipp, pass auf Knife Hier, oh Gott Wir stehen voll unter Schuss Wir stehen voll unter Schuss Ah, scheiße, scheiße Ah, scheiße, scheiße Wo war der, wo war der Wo war der Äh, 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 da irgendwo Ah, only life Äh, Pistol Ey, was Da ist das Mann Scheiße Oh mein Go Ich will mal die Waffe haben Die der hat Das war echt keine Waffe Ich will mal, ich will mal Das ist die Charmas Ja, ich weiß, ob ich die Hey, lass mal traden Das war Fraden Frade me good weapon, Rob Was? Ja, dann kriege ich gleich mal die Krill Nein Oh, jetzt ist Skype wieder dran, ne Nein Nein Wir werden hier verlieren Egal, ich hab jetzt meine Vorwaffe Ja, ne, ich hab voll daneben geheimt Boah, da hab ich einen angefrackt Den picke ich mir jetzt zuerst Wie die Waffe passiert Quick Cope Oh mein Gott, das war fast ein Piercing Ey, das war wirklich fast ein Piercing Der eine war angefrackt Und den hol ich Ey, den wollte ich mir mit einem Knife holen, Mann Jetzt, 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 nicht weinen, bitte Be happy Ja, okay Be happy Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, warum bin ich so fröhlich wie noch nie Genau, da bin ich eben auch gestorben Warum bist du so fett, so fett, so fett Warum bist du so fett abnehmen, tut dir gut Warum bist du so gemein, so gemein, so gemein Warum bist du so gemein fett, so fett, 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 fett Ich hab noch 780 Api Weil ich dich so sehr liebe, so liebe, so liebe Weil ich dich unter Liebe Weil ich dich unter Liebe Ich plante jetzt die Bombe, plante sie Und den ganzen Tag Das macht dir so viel Spaß, voll Spaß, voll Spaß Warte auf den Bastard, da oben ein Kropoli ja ich lasse ihn die Fiosen, ich lasse ihn die Fiosen wir haben voll auf die Bombe gar nicht aufgepasst nein eigentlich bei A gerade ruhig die Türe blockieren damit Capo nicht rein kann und ihn retten krank ich loch die ganze Zeit mit der Barret rum ah, falsche Tasse und wieder ist der Pro Aim naja, ist da man, die sind ja so gut ne, die gucken nicht mal nach oben scheiße, scheiße, scheiße nein, nicht mal am Nachladen LOL, vernetz, ähh, Jan, so hieß er das ist auch klasse, Tam was ist das eigentlich für eine Mistwaffe, oh mein Gott ich muss da jetzt einfach nur schnell durchlaufen, dann sehen die mich schon nicht ich bin hinter dir damit sie uns sehen ah, daneben geaimt oh mein Gott scheiße, scheiße, scheiße ich hab extreme Legs jawohl ok, ich sterbe ey, wie ist das mit dem Kabel hier manchmal aufregt, ne hui 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 ah was, der ist bei A oh normal, Digga man, ich war der einzige, der tot war, das ist noch nicht mehr schön ja, Opfer, nicht keiner ja, Opfer, nicht keiner, Noob taktun ne, nicht weinen, ne lernt spielen nicht weinen, nicht weinen oh, oh, ganz knapp oh, oh ja, du musst nicht stehen, ey mach dir jetzt mit nem Wurfknife Tom ja ja ich wusste, dass der dahinter ist ich wusste es und ich plante äh warum plant ich die bombe die bombe oh nein, das war ne Flasch ah da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer wo, oh Gott nein, ich konnte schon wieder sehen ich hab mich verarscht der kommt von oben ah meiner oh scheiße oh mein Gott ey, bitte ihr seid so schlecht oh mein Gott die sind so blöd, um zu Diffusen 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 ich könnte jetzt mal so Noobig sein und die Pumpe nehmen aber ja was ich hab nen Disconnect ja, ok nein, ich wirklich hab Jan krieg mal nächste Runde, dein Chris mhm, alle wollen sie Waffen von mir haben ich will ja auch weil du ein Dicker Casher bist also ein Cashnude Pump ja, sonst hab ich das Geld und kein Disconnect ich hab definitiv mehr Geld als du aber ich darf mir ja keine Dichte auf ey Rob liegt da immer noch, ne? ja also ich abk- also Disconnect ja jetzt ist er gelöftet scheiße, scheiße kann mal einer zu mir hochkommen ich hab ne Nate nicht mehr ich plante jetzt die Bombe die Bombe die Bombe die Bombe liegt bei ja die Bombe schlack mal angst hahhh gut Jan krieg ich jetzt eine Chris? ernst? ich muss noch zwei killen, tut mir leid oooooooooooooooohhhhhh aber ist das kinn?! der kommt raus geflogen der kommt raus geflogen der mit seiner scheiß Stop-Mod man ja warte, ich wechsel noch Bist du komplett rausgeflogen? Ja bin ich. Ey man Rob, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ja die drei Pornos, die hätte ich auch ausmachen können. Ja das stimmt eigentlich. Machst du das mit dem Dreck? Ah, 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 ah! Oh man, sag mir das was. Oh ja, trade me gold weapon. Man, das kann ey! Ich massier dich gleich mein Schatz. Jan, wo liegt deine Waffe? Das ist süß. Äh, äh, den Gang zur Gaybox. Du hast hier am Pfingst. Du brauchst hier nicht mehr. Du musst erstmal was trinken. Jan, dann wollen wir traden. Ich geb dir die Barret, du mir die Krillst. Mit ner Bei. Oh mein Gott, Tam stirb. Tam ist auch ein Opfer. Jawohl, Tam ist gesprungen. Ich bin ein Gitsch, ich bin selber. Ey das kann... Mann, du kannst mir das wirklich nicht erzählen, das... Oh man! Be happy. Don't worry. Was ist jetzt... Was, wo... Behind you! Oh mein Gott, ja, das ist ein Problem. Ja hab ich. Das war gut, oder? Mach deinen Aim-Bot aus. Oh mein Gott, mach deinen Aim-Bot aus. Was? Mir leiiiid. Jetzt mach ich Pro Aiming. Ne, da bin ich selber so langsamer. Fucker du, Herr Christoph. Pro Aiming. Oh, ihr seid ja beide tot. Nein, nein. Tun wir sie, wir tun uns so. Wir stellen uns tot und wenn die Gegner an uns vorbeilaufen, stehen wir wieder auf. Dann stehen wir wieder auf und dann können wir sie. Genau. Ja, Profi planted. Oh, das war die 7, nicht die 6. Der kommt von dir. Der kommt links. Egal. Mach mich planten. Ich würde lachen, wenn das mal Fasche eingibt. Ich bin bitte noch öffentlicher. Der kommt ja gar nicht. Er hat Angst. Steck dich. Bitch, bitch. Bitch. Hm? Verste ich jetzt nicht. Hier, du musst in die Ecke dreimal nach. Hinten. Hinten. Oh, mein. Das war gut, oder? Ja, nochmal traden. Ja. Aber ich hab eigentlich damit gerechnet, dass wir das locker gewinnen, ne? Wir sind nur noch 3 Leute. Ach so. Ja, wegen mir. Locker gewinnen? Alles wegen dir. Ja. Das war erstmal anstrengend, oder? Ja, ist echt so. Ja, dann, dann... Achso, Error, dann bleibst du in der Base, weil dann stehst du nicht nur blöd in den Weg rum, dann können wir los nehmen. Halt die Fresse. Du. Ich... Sprech's jetzt nicht aus. Ey, ohne Scheiß. Geht doch. Super, Jan. Er hat einen gekillt. Fuck. Ne, ehrlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wie soll ich den denn noch bekommen, bitte? Ganz einfach. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ich wieder der Einzige bin. Du bist der Einzige. Wir toten wieder nur so, als wären wir tot. Jetzt mit dem Messer, mit dem Messer, mit dem Messer. Er ist unter dir. Er kommt jetzt hoch. Genau. Okay, er dreht um. Jetzt. Er ist um. Links. Er geht raus. Halt die Fresse. Jetzt kommt er. Ja, da, da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, was kann's eigentlich? Weißt du, das Messer hat voll daneben geaimt. Was kann's eigentlich? Ja, ich bin gleich... Okay, mach mal halt Aim dran, ist kein Problem. Okay, dann zock ich jetzt mit der Chris. Jantrade. Jantrade. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ey, ich frag mich grad, was ich grade... Ey, ich... Oh, nee. Wenn ich nicht mehr trainen möchte, sind's sogar... Ja, danach zock ich mit der Chris. Danach, danach gibt's keine Runde mehr, weil ich mit der Duel Chris Pro aime. Auf so ner Entfernung wieder. Oh mein Gott. Da kommt ne Nate. Das ist ne Flash. Aber die trifft doch nicht. Wieder egal. Ja, voll. Ich war full flashed. Ja, der hat nicht getroffen, ne? Achso, du wurdest geflasht. Wurdest du geflasht? Ja, also ich wurde am Ende auch noch geflasht. Der wurde geflasht, ne?